Damit wir Sie gleich mit dem richtigen Ansprechpartner verbinden können, bitten wir Sie, die entsprechende Taste auf Ihrem Telefon zu drücken. Für Angelegenheiten im Wohneigentum die 1, für Mieter die 2, für Grundstückseigentümer die 3, für alle anderen Angelegenheiten die 4. Vielen Dank! Wir geben Ihrem Erfolg eine Stimme. Professionelle Telefonansagen. Vom ersten Ton an überzeugen.